Hyundai-Pilot Luca Engstler sichert sich beim 10. Saisonrennen in Zandvoort die Pole Position. Die Top 10 des Qualifyings geht im zweiten Lauf wie immer in umgekehrter Reihenfolge auf die Strecke. Nils Langefeld startet von Platz 10. Beim Start macht Luca Engstler vorne viel richtig, katapultiert sich sauber raus. Loris Prattes auf Platz 4 erhält dagegen eine Durchfahrtsstrafe wegen Frühstarts. Harald Protschik zusammen mit Langefeld Gesamtführender schnappt sich hier erst Max Hesse und dann Antiburi. Rang 6 für Opel für Harald Protschik. Und auch Nils Langefeld macht einen Platz gut, ist dann ganz dicht dran an Max Hesse. Es kommt zur Berührung und zum Dreher von Hesse. Das Safety-Kar muss raus. Beim anschließenden Restart ist Theo Quakow vom Team Engstler hellwach und geht innen vorbei an Loris Prattes auf den zweiten Platz. Luca Engstler bleibt weiter vorne. Dann macht der Niederländer Nils Langefeld ernst und kassiert den Finnen Antiburi. Platz 8 für den Lokalmatador und der Auftakt zu einem voluminanten Ritt durch die Dünen von Zandvoort. Denn Langefeld macht gleich weiter, ist richtig heiß gelaufen. Lackaustausch mit Simon Reicher. Langefeld drückt sich auch an ihm vorbei und fährt nun direkt hinter seinem größten Konkurrenten, Harald Protschik. Und auch Protschik hat keine Chance. Langefeld kennt hier jeden Zentimeter der Strecke auswendig und fliegt förmlich über den Kurs. Nachdem er dann auch noch Halder und Wankmüller überholt, ist Langefeld bereits Dritter. An die Spitze schafft er es aber nicht mehr, die Top 3 bleibt unverändert. Doppelsieg für Hyundai. Luca Engstler gewinnt den zweiten Lauf in Zandvoort vor seinem Teamkollegen Theo Kwako. Nils Langefeld wird Dritter. Die Gesamtwertung führt nun Nils Langefeld an, neun Punkte dahinter Harald Protschik vor Luca Engstler. Anfang September geht es für die ADAC TCR Germany weiter am Sachsenring. Untertitelung des ZDF für funk, 2017